Monika, herzlich willkommen heute mit dem Jubel spielen. Bitteschön, the stage is yours, Monika. Ich stelle ihn mal kurz als Mikroelsucher, ne? Okay, Monika, Sie wissen, wie es funktioniert? Sie hören meine Stimme. Sobald ich mit dem Counter beginne und los sage, dann jubeln Sie, was das Zeugelt. Einmal ziehen, Luft holen und wirklich alles rauslassen aus der Lunge. Sobald Sie wieder nach Luft schnappen, stoppt das Spiel automatisch. Okay? Okay, Monika, ich gebe noch kurz Ihren Namen ein. Und der Kamerlöff, Monika, 3, 2, 1 und jubeln Sie! Jawohl, Sie sind schon bei 5%. Nicht aufhören, Monika, schön weicher jubeln. Jawohl, super machen Sie das, 80%. 18%, immerhin, oder? 18% ist doch schon was. Das haben Sie sehr toll gemacht, Monika. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wer möchte als nächstes mal? Sie wollen sicherlich mitmachen. Ich sehe das schon in Ihren Augen. Oder du, wie Leitspiel, bitteschön hineinspaziert. Kommt die Mama mit? Oder schafft ihr es alleine? Wir lassen die Tür aufheben, okay? Und die Mama steht direkt hier. Okay, also hier ist das Mikro. Guck mal. Geht mal schön nah an das Mikro. Schön nah rangehen. Her, 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 her. Und jetzt holt mal tief Luft. Und jetzt mach mal, uh, uh, genau. Und so macht ihr die ganze Zeit. Erst wenn ich Stopp sage, okay? Alles klar. Dann würde ich sagen, beginnen wir. Ja, unsere nächsten zwei Kandidaten haben ihre Mama direkt nebenan als Unterstützung. Und schön tief Luft holen und jubeln. Schön macht ihr das. Nicht aufhören. Weiter, 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 weiter. Nicht aufhören. Weitermachen. Ihr seid schon bei 13%. Nicht aufhören, Jungs. Ihr schafft es. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch.